wir besiegen den endboss mit einem fein was gehabt heute willkommen zu der letzten folge von so forest wir haben so vieles durchgemacht in dem spiel und endlich besiegen wir den endboss um diesen kleinen glatzkopf zu retten ob wir ihn retten weiß ich nicht gucken wir weil wir haben schon den kreativen modus und ja da muss ich sagen immer durch hier auch hier alles auch alles aus megan crossing durch war was leute wir spielen das game immer noch auf survival und ihr seht doch wahrscheinlich hat wie einfach das ist guck mal guck mal den spiegel wieder auf guck mal guck mal hier durch ja hier war doch hier war doch mal so ein ding sessel wo wir sprechen hier waren wir noch nie drin natürlich ich war ja schon mal drin ich nicht immer medizin rauskollet hier echt jetzt ja immer war dann ich habe mich das spiel länger spiel oder ich 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 da war es auch auf hat man kann ja nicht abspeichern egal egal komm er die ich mache ja sowieso du machst doch die aufnahmen du bin Deswegen, ja. Ja, deswegen, ich schau behindert. Schade, ich kann nichts mehr drücken. Bist du behindert? Geh mal weg, geh mal weg vom Bild. Warte. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Hey, Bruder. Ohne Fett Lock. Ah, meine Ohren. Meine Ohren, ey. Ohne Fett Lock. Ohne Fett Lock. Ohne Fett Lock. Hey, Slap. Renn. Renn, 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 renn. Okay. Wir machen mit Bogen, wir machen mit Bogen. Naja, aber ohne Fett Lock. Das Hard Survival, ne? Pass auf. Du hast noch mit in die Aufnahme. Du kommst doch. Hey. Oh mein Gott. Was macht ihr überhaupt etwa? Ich zählte die ganze Zeit noch an. Weißt du was? Hier, Flintmark. Was ist die Key? Was denn? Die hat mir Breitzeite gegeben. Geh mit Flintlock drauf. Nein. Und da wird hier vielleicht ein Fenner. Ja, okay, komm. Noch mal getroffen. Digga, man trifft so nichts. Geh weg. Du zwei mal nicht gefallen. Steh. Noch mal getroffen. Okay, okay, okay. Warte. Wie viele Feine habe ich noch? Achtung. Sie schwören, die es geändert hat. Mega. Du bist dran, Bada. Du bist dran. Okay. Mach Feuer. Voraus Hamburg. Voraus Hamburg. Geht. Mach Klammwurf. Die springt jetzt. Hä? Die kackt. Ich habe alle Babys gehofft. Ich habe alle Babys angezündet, meine Arten. Ich schätze. Nein, eigentlich nicht. Ach so. Euer Seel. Oh, mein Ohr, mein Ohr. Ich habe auch so geschickt. Digga, was macht die da? Ei. Bis jetzt noch keine Rüstung verloren. Ich habe eine Flasche. Ich habe überkommt. Ihre Glatze geschossen. Ei, 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 ei. Ich muss nur klizieren. Steck die, Bada. Schieß, 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 schieß. Habt ihr getroffen? Steck die. Warte, 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 shit. Okay, warte, 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 warte. Ich trage die Dicke. Was? Tut alles. Lass uns beinrauben. Ey, wie kann nichts gehen? Oh, ich habe, ich habe der Elf der Rüstung verloren. Ja, sage ich ja. Ich habe es auch. Ich bin wieder voll. Ich habe es auch getroffen. Habt ihr getroffen? Ich bin wieder voll. Oh, Gott. Geil mit Bein an. Ich schwöre, die hat Schwäche dagegen. Komm, die Leute weg. Geil weg. Lauf, links. Den Linker. Rucht dich. Ah, Junge. Nappa. Hier, wo ich Bein traue. Nein. Hör je an! Komm her! Was hab ich noch, was hab ich noch? Pass auf! Was hab ich noch? Flitflitchen! Orago hab die getroffen! Ich auch! Ich trau mit Steinen! Ich hab Steine getötet! Oh mein Gott! Ich hab mit Steine getötet! Ey! Perfekter Titel! Wir besiegen den Endboss mit einem Fein! Was hast du? Nein! Geh weg! Stehen! Geht! Reparier die! Muss sie! Ich hab keine Hand von meinem Kopf! Ich seh die nicht, deswegen! Warte! Warte! Juhu, als wir den mit nem Bein besiegt haben! Ich hab den mit Steinen geflischt! Ich hab besiegt! Ich hab's nur oft getroffen, ne? Bein macht aber voll viel Schaden! Ja, ich weiß! Junge! Junge! Als wir den mit nem Bein getötet haben! Was ist denn? Du bist krass, Junge! Das hat noch kein einziger... Warte doch! Ich bin noch gar ein Stadepenner! Das hat noch kein YouTuber gemacht! Doch, du! Ah, ah, ah! Ja, jetzt ich! Oha! Ich spende an! Golden Keycard! Ich hab's auch gesammelt! Digga, kann ich mich jetzt mal bewegen? Hä? Ey, Digga, Bein macht! Nimm mal wieder Beine! Nimm mal wieder Beine! Hier! Hä? 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 Nimm mein Bein zurück! Nö! Ich hab jetzt zwei! Warte, 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 warte! Immer noch innen! Was ist das? Du stehn! Oho! Junge! Digga, wer besiegt den Endboss mit nem Bein? Vollgas und in dem Kampf hast du heute sehr viel gebrannt! Merk ich! Bleib doch stehen, Junge! Du rinnst viel zu schnell und ziehst nicht mal deine Tauchausrüstung aus zum Penner! Damit ich mehr sehen kann! Wie, damit du mehr sehen kannst? Im Taschenabhaus! Warte, warte, Achievement, Achievement! Hab ich schon! Ich auch, aber egal, mach mal! Tschüss! Hör bitte auf, ok? Was denn? Das hört mich nicht an! Das hört mich nicht an! Das liegt! Hör auf! Ich hab keinen Bock Rüstung zu verlieren, hör jetzt auf! Hör auf! Hält ich jetzt mein Bein? Ich würd ich, äh, schlag? Hör auf! Hör auf! Nimm doch! Hier! Dankeschön! Ich hab ne Rüstung verloren! Nicht! Sieh mal von dir unser Haus! Oha! Leute! Da ist auf jeden Fall unser Haus! Guck mal! Da ist auf jeden Fall unser Haus! Da ist unser Strand! Da ist unser Strand! Da ist unser Strand! Oh! 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 Und siehst du das noch nicht? Nee! Wo ist unser Haus? Du weißt was wir machen, ne? Da! Ja! Ja ja klar! Leute! Und zwar wir retten nicht Timmy, weil wir haben schon den Kreativmodus! Wir holen uns das Achievement! Aber dazu kommt vielleicht keine Folge! Ich weiß es nicht! Arusur? Ja! Emergency Shutdown! Ahmed! Emergency Shutdown! Er weiß noch wo wir das gemacht haben! Junge! Junge ihr wart voll mad! Aber das war voll geil! Die wussten nicht was man bekommt! Wir wollten ja halt unbedingt den Kreativmodus! Ja! Leertast scheiße! Ich dachte du leertast! Wo bist du eigentlich? Ich seh's gar nicht! Leute da! Genau da! Ey! Ey! Ist unser Haus! Nein! Boah! Was boah! Was boah! Jetzt bin ich reingegangen ohne dich! Hä? Du bist doch hier! Hä? Wo? Na? Geh nein! Warte! Digga wir sind schon in der Etage angekommen! Soll ich mich töten? Soll ich einfach Giftpilze essen? Nein! Ja! Lass mal dann ganz viel mit Bogen bekämpfen! Ich hab immer noch Musik an! Mach ich das hier an die Wand? Mach ich das hier an die Wand? Müff! Ich bin Sprengmeister! Merk man! Guck ich euch nur die Boxen hier alle aufschreiben! Ja boah! Ey! Warum höre ich die Musik immer noch? Ich hab das nicht mal mehr in der Hand! Achso! Ja du musst ausstellen! Ah! Ne das ist voll geil! Ey! Ich hätte die ganze Zeit Musik angemacht, ne? Scheiße! Ich höre die Musik in der Szene! Ich bekomme Schaden! Ich sterbe! Hä? Schade! Warum? Ich sterbe! Ich bekomm dir dann Zerkälteschaden! Ich bekomm kein Schaden! Ich schon! Ich bin tot! Ich bin tot! In der Szene! Nein! Spaß! Aber ich hab zweimal schon Schaden bekommen! Dreimal! Boah! Oh Gott! Die Musik hat sich an die Szene hier angepasst und hat sich selber ausgeschaltet! Oder ich hab einfach im perfekten Moment angemacht, dass das jetzt ausgegangen ist, ne? Sehr nett oder so! Oh Leute! Wir sind jetzt endlich zu Hause! Und... So Leute! Das war's! Mit diesem Projekt! Hoffe das... Hoffe diese Folgen haben euch gefallen! Vielen Dank nochmal an Thuna, dass er mich unterstützt hat bei diesem Projekt! Ein Problem! Und mir safe in diesem Projekt schon 20 Rüstungen, 3 Rüstungen weggenommen hat! Hä? Was meinst du? Ne, nix wie mein Sleisling! Ich bin Schildschuldner fahrender als du, du Penner! Ey! Lass es jetzt mal! Ich muss spechern! Lass auch ein Abon und Like da! Wir sehen uns dann bei dem nächsten Projekt, bei den nächsten Videos! Ach Digga, verpiss dich doch einfach! Ich verbrüge mich nicht! Ciao!